Hallo, ich gebe euch einen kleinen Tipp, kauft bitte den RPG Maker Unite nicht. Okay, Spaß beiseite, aber nein, das ist kein Spaß. Ich bin DonF204 und ich empfehle euch den RPG Maker Unite im jetzigen Zustand nicht zu kaufen. Das Ding kostet 90 Euro plus Steuern derzeit. Ähm, das ist es nicht wert. Wirklich nicht. Nicht im jetzigen Zustand. Das Ding kostet über 100 Euro. Das Ding ist es nicht wert. Wirklich nicht. Und ich sage euch jetzt, warum es das nicht wert ist. Das Ding läuft sehr langsam zum Teil. Es dauert vieles ein bisschen länger und ist nervig. Ich habe das Ding gestern 12 Stunden, fast 13 Stunden gestreamt und habe mir einen Überblick gemacht. Eigentlich wollte ich heute und morgen und übermorgen auch streamen, aber mache ich nicht. Das tue ich mir nicht mehr an. Zumindest vorerst nicht. Ähm, so. Worum geht es? Ganz einfach. Das Ding ist sehr langsam. Das nervt übelst. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier die Schriftgröße des Titlescreens ändern möchte, habe ich hier so einen Slider. Und wenn ich den bewege, seht ihr, da leckt das. Das alleine schon nur, weil ich die Schriftgröße ändern möchte, leckt das so dermaßen, dass das richtig nervt. Dann kann man den Slider auch wegmachen. Es ist halt einfach so. Ähm, wenn der Slider so nervt, dann kann ich auch gleich einfach jedes Mal eine Zahl her eingeben. Da habe ich einfach mehr von. Das fühlt sich einfach nicht sauber und ordentlich an. Ähm, das macht mir keinen Spaß. Jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, wie oft änderst du die Schriftgröße. Das ist nicht nur bei der Schriftgröße des Titlescreens so. Das kann ich euch versprechen. Es wird richtig nervig gleich. So. Dann gibt es den Outline-Editor. Mit dem kann ich, ähm, quasi meine Story so ein bisschen vorplanen. Quasi die Kapitel und dann die, äh, Abschnitte von dem Kapitel mit den Maps zusammen und so. Das ist dann auch hier sortiert. Ähm, das ist ziemlich gut gemacht. Das ist wirklich, wirklich eine tolle Sache. Und ich finde das Ding echt. Das ist wirklich gut. Und es gefällt mir. Kann man jetzt sagen, was man will. Es gefällt mir so. Man hat hier wirklich eine schöne Übersicht. Das ist eine sehr gute Idee. Aber wenn ich hier in diesem Outline-Editor arbeiten möchte. Zum Beispiel möchte ich jetzt hier ein neues Kapitel erstellen. Mache ich mal hier ganz rechts. Erstelle ich mal ein neues Kapitel. Rechtsklick. Create chapters. Und dann lädt das erstmal irgendwie zwei Sekunden. Das ist, das ist okay. Kann man machen. Aber, ähm, das Problem ist, Wie man sieht. Ich versuche das hier hin und her zu schieben. Und das laggt so dermaßen manchmal. Das ist so un... Unschön einfach. Ich sag mal unschön. Und das ist nicht nur bei mir so. Das ist nicht nur bei mir auf meinem Computer so. Das ist auch im Trailer so. Das kann ich euch mal kurz demonstrieren. Es gibt hier einen Trailer. Das ist der offizielle Trailer vom RPG Mega Unite, ne? Und hier bei 24 Sekunden sieht man das ungefähr. Pi mal Daumen. Muss ich mal kurz gucken. Wartet. Gleich müsste es kommen. Da. Da habt ihr es gesehen. Da kommt kurz so ein Ladebalken. Ähm, und das ist... Ja, da sieht man ihn nochmal. Da kommt kurz ein Ladebalken. Das ist selbst im Trailer zu sehen. Das ist nicht nur bei mir. Das ist sogar im Trailer zu sehen. Das ist nicht schön. Das Ding ist an sich cool. Klar, wie oft erstellt man neue Chapter? Wie oft verschiebt man das? Das macht man nicht oft. Und das ist auch noch nicht schlimm. Es ist nicht schlimm, dass das kurz laggt. Wirklich nicht. Es ist wie mit dem Titlescreen. Es ist nicht schlimm. Aber es summiert sich irgendwann. Und es nervt irgendwann einfach nur noch. Ähm, jetzt kann ich eine neue Section erstellen. Aber ihr seht, jedes Mal lädt das und lädt das und lädt das. Ähm. Und dann erstelle ich noch eine Section. Und es lädt und lädt und lädt. Und dann kann ich die natürlich verbinden. Ah, jetzt lädt er wieder. Ach, Mann. Ja. Und dann geht es schon wieder los. Ich bin schon wieder genervt. Ähm. Klar, das macht man nicht häufig. Aber. Nein. Das macht man nicht häufig. Aber ihr seht, das ist einfach so unschön. Das macht keinen richtigen Spaß. Klar, man erstellt das nicht so häufig. Man bearbeitet das nicht so häufig. Aber es nervt. Es ist eine tolle Funktion. Die aber nicht wirklich richtig gut funktioniert. Ähm. Gut. Und dann haben wir hier quasi ein neues Kapitel mit zwei neuen Sektionen. Typisch cool, denke ich mal. Und dann erstelle ich mal eine neue Map. Da gehe ich hier rechts auf die... Äh, links. Links. Nicht rechts. Sorry. Links auf die Sektion. Ich kann dir auch einen Namen geben. Muss ja nicht New Section heißen. Ähm. Test nenne ich sie jetzt einfach. So. Dann klicke ich irgendwo anders hin, um das zu speichern. Brauche auch kurz eine Sekunde zum Laden. Aber die Sekunde, das ist... Ja, das ist nicht so schlimm, wenn man einen Text ändert und eine Sekunde wartet. Das ist jetzt nicht so tragisch, finde ich. Ähm. Schlimmer finde ich hier das mit dem Verschieben. Das habt ihr auch gerade in der Praxis gesehen. Das nervt einfach. Auf Dauer zumindest. Ähm. Gut. Dann haben wir hier die Test-Section. Und dann kann ich hier eine neue Map erstellen. So. Jetzt erstelle ich eine neue Map. Dauert kurz. Und dann haben wir hier die neue Map. Das ist wirklich ein cooles System. Ähm. Es ist wirklich sehr übersichtlich alles gemacht. Also, man findet auch die Maps und die Kapitel und die Abschnitte und so. Das ist wirklich gut sortiert. Gefällt mir sehr schön. So vom Prinzip. Ähm. Und dann haben wir hier eine neue Map. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Problem. Wir haben jetzt hier eine Map. Und, ähm, ich möchte jetzt die Map ein bisschen größer machen. 30 mal 30 zum Beispiel. Ja, jedes Mal lädt das eine halbe Stunde. Oder funktioniert gar nicht, wie gerade eben. Ähm, so. Haben wir es. Gut. Haben wir jetzt eine 30 mal 30 Map. Jetzt kommen wir zum Problem. Jetzt will ich mappen. Jetzt will ich mappen. Jetzt habe ich aber diesen riesengroßen Kasten unten. Und hier oben so eine riesengraue Leiste, die irgendwie dreimal so lang ist. Ich meine, dreimal so breit ist, wie sie eigentlich sein müsste. Man kann sie, ähm, nach unten größer machen. Wozu auch immer. Aber nach oben geht irgendwie nicht kleiner. Das ist... Hä, hä, hä. Ich verstehe es nicht. Wirklich. Ich... Das ist einfach viel zu dick, das Ding. Ähm, und ich kann hier auch, ähm... Das Ding hier unten kann ich nicht kleiner machen. Also, ich habe in der Höhe nicht mehr Platz. In der Breite kann ich, äh, mehr Platz machen. Das ist cool. Aber in der Höhe habe ich schon mal nicht mehr Platz. Das nervt massiv. Wenn man Übersicht haben will auf einer größeren Map, wie zum Beispiel jetzt hier die 30 mal 30 Map. Wenn ich jetzt hier so reinzoome, sehe ich schon mal die halbe Map nicht mehr. Weil hier unten einfach ein Stück fehlt. Das ist wirklich nervig. Ähm, gut, dann mappen wir jetzt mal kurz was. Dauert ja nicht lange. Klicke ich hier auf Load Teilgroup. Das ist ziemlich cool, finde ich, mit den Teilgroups. Und gefällt mir tatsächlich. Das ist wieder eine tolle Sache. Es gibt viele tolle Sachen, die aber am Ende... Nervig sind, wenn ihr versteht, was ich meine. So haben wir jetzt eine Grasfläche. Ähm, und da kann man jetzt drauf rummappen und so. Muss ich nicht erklären. Jetzt an dieser Stelle ist ja kein Tutorial. Ähm, wie... Und jetzt möchte ich mal ein paar Events erstellen. Wir gehen in die Events. Und ich mache jetzt hier einen Spielerstartpunkt. Rechtsklick. Und dann Initialplacement und Player. Haben wir hier den Spieler... Den haben wir jetzt hier platziert. Jetzt startet der Spieler dort. Ähm, jetzt... Ja, habe ich irgendwie versucht, den zu verschieben. Den Spielerstartpunkt. Und dabei ist irgendwie was Komisches passiert. Ich weiß nicht mal, was da gerade passiert ist. Ähm, irgendwie... Ja. Es sind da jetzt irgendwie zwei Events erstellt worden. Ich kann das nicht erklären, warum das gerade passiert ist. Es ist einfach passiert. Ja. Komisch, oder? Hier. Und das leckt so dermaßen. Das ist so komisch. Jetzt funktioniert irgendwie wieder gar nichts mehr. Und ich habe jetzt hier auch irgendwie Fehlermeldungen... Oder Warnungen, sagen wir es mal so. Keine Fehlermeldungen. Warnungen bekommen. Ähm, joa. Cool. Ich habe hier auch keine Events gelistet jetzt irgendwie. Komischerweise. Hier bei Events müssten jetzt Events gelistet sein. Ja, ist aber nicht. Und dann drücke ich hier mal Rechtsklick und New. Und... Irgendwie passiert nichts. Ich kriege kein neues Event. Ja. Ähm. Cool. Danke, RPG Maker Unite. Hat super funktioniert. Ähm. Macht sehr viel Spaß mit dir zu arbeiten. Ne, macht es natürlich nicht. Verdammte Axt. Das ist richtig nervig. Wir können ja mal in eine... Äh... Schon... Äh... Fertige Map gehen. Aus der... Also so eine Beispiel Map. Ziemlich cool und alles. Hundertprozentig. Ähm. Sieht auch auf jeden Fall ganz okay aus. Man kann auch eigene Grafiken verwenden und so. Also man muss ja nicht diese Bullshit Grafiken hier verwenden. Sorry, wenn ich das jetzt so sage. Die Grafiken sind hässlich. Ähm. Das ist das nächste Problem. Dann haben wir hier die Events. Die sind dann hier wirklich gelistet mit den Event Pages. Um es euch mal zu zeigen, ohne dass es so abwackt, wie gerade eben bei mir auf meiner Map. Ähm. Und das ist... Ähm. Funktioniert eigentlich sehr gut eigentlich. So. Dann haben wir hier den... Äh... Das Event hier. Mit einer Grafik haben wir hier. Haben wir hier die Settings. Ähm. Hier die Event Befehle, wo man die Dialoge drin hat. Und so weiter und so fort. Jetzt weiß ich hier natürlich nicht, wo das Event überhaupt ist. Das ist da unten. Das ist markiert. So. Ähm. Wenn ich rauszoome, dann ist das so klein, dass ich es nicht erkenne. Und wenn ich reinzoome, ist die Map so groß, dass ich sie hin und her schieben muss, um überhaupt was zu sehen. Das nervt so... Und ich kann das nicht kleiner machen, das Feld hier. Es geht nicht. Doch. Doch. Das geht. Tatsächlich. Okay, gut. Aber das geht... Beim Mapping geht's nicht. Beim Eventen geht's. Okay, nehme ich alles zurück. Beim Eventen geht's. Aber gut, macht auch keinen Sinn. Weil dann sehe ich ja hier unten die Befehle nicht mehr. Ähm. Außerdem kam da wieder der schöne Ladebalken mit Hold On. Äh. Wer kennt das nicht? So. Und dann kann ich hier das Event, ähm, bearbeiten, wenn ich das möchte. Ich kann auch vielleicht ein neues erstellen. Vielleicht schaffe ich das auf der Map. I don't know. Ist da was passiert? Ne. Ist nicht passiert. Ist egal. Es buggt gerade bei mir rum. Ich müsste das Ding jetzt einfach neu starten. Also den Ambigy Mega Unite habe ich gerade keinen Bock. Ähm. Ich erkläre es jetzt einfach mal an dem Typen. Ich kann, ähm, den Typen jetzt zum Beispiel nicht einfach, ähm, löschen, indem ich entfernt drücke, wenn ich dazu Bock hätte. Das würde nicht funktionieren. Ähm. Ich muss auch nicht rechts klicken und dann hier auf Entfernen gibt's nicht. Also wenn ich ein Event löschen möchte, dann muss ich, ähm, das Event hier in dieser Eventleiste suchen. Ich muss also auch wissen, wie ich es genannt habe. Wenn ich dem keinen Namen gegeben habe, steht hier einfach eine Random Number. Ähm. Also ich muss auf jeden Fall den Events Namen geben, sonst sehe ich gar nicht mehr durch. Und dann muss ich da rechts klicken und dann auf Delete Event gehen. Das ist extrem umständlich. Und das ist bei den anderen RPG Maker nie so gewesen. Da konnte ich direkt auf der Map draufklicken, entfernen drücken, weg war er. Das sind alles so eine Kleinigkeiten, die massiv nerven auf Dauer. Und, ähm, das ganze Ding ist nicht ausgereift. Es ist lagged. Es ist buggy. Es ist... Es macht keinen Spaß, wenn ich jetzt auf, ähm, Testspiel drücke, dann... Lädt er da eine halbe Stunde mit Hold On. Das ist auch noch okay, wenn man sich drauf einstellt. Okay, dann lädt er halt ein bisschen. Aber, ui, 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 wenn ich das jedes Mal so habe, dann nervt das ein bisschen. Dann kann ich auf New Game klicken und kann mir das Ding hier angucken, das Spiel. Aber es lädt schon wieder. So. Was ist denn da? Achso, das ist die Map, die ich erstelle. Ha. Das ist meine eigene Map. Ja. Dann das nächste. Wenn ich zum Maprand laufe, sehe ich den Maprand. Ich, ich... Das ist... Das ist richtig komisch. Ja. Ich, ich kann ein bisschen... Also, also, der Spieler ist immer zentriert. Der Spieler ist immer zentriert. Ich, ich kann quasi dann hier das Schwarze nicht sehen am Rand der Map. Das ist so unschön. Das ist so, so dermaßen unschön. Das, das, das alles ist... Es gefällt mir einfach nicht. Es gefällt mir einfach alles nicht. Ich gebe eine Kaufwarnung an dieser Stelle raus. Ähm, es gibt viele positive Sachen. Es gibt auch extrem viele negative Sachen. Und ich werde nächste, nächste Woche, werde ich ein vernünftiges Review-Video machen. Ähm, aber erst nächste Woche. Ich muss da auch selber erstmal gucken, wie ich jetzt damit umgehe. Dann die Figuren, das... Das sieht alles nicht schön aus. Es ist halt... Die Seitengrafik sieht so aus, als würde er gerade loslaufen. Also, der steht gerade. Das ist, das ist kein Witz. Der steht. Ich, ich, ich drücke nichts. Der sieht aus, als würde er gerade loslaufen wollen. Es ist so komisch. Alles. Hm, egal. Ich will nicht nur meckern. Ähm, aber ich gebe an der Stelle eine Kaufwarnung raus. Guckt auf jeden Fall wenigstens das Review-Video nächste Woche. Wenigstens das. Und ich empfehle euch an dieser Stelle einfach zu warten. Wartet, wartet, wartet. Ich werde euch auf dem Laufenden halten, was gepatcht wird, wenn denn sinnvolle Patches kommen. Also wegen irgendwelchen Ladifari-Sachen werde ich kein Video machen. Aber wenn wirklich echte Patches kommen, mache ich ein Video dazu. Und wenn sich da wirklich was verbessert. Also, ich halte euch auf dem Laufenden. Kauft das Ding so, wie es jetzt ist. Nicht. Bitte. Nicht. Macht mit den 100 Euro was Sinnvolleres. Keine Ahnung. Abonniert ein Jahr Crunchyroll und guckt One Piece durch. Könnte ich empfehlen. 100 Euro. Kann man echt was Sinnvolleres machen. Zum Beispiel One Piece gucken. Okay. Also, viel Spaß beim One Piece gucken. Ähm, und Tschüsseli. Tschüsseli.